Moin, wenn wir Kurswechsler bei unseren Kunden in Projekten aktiv sind, dann stellen wir relativ schnell fest, dass die ganze Welt durch die Brille der Betriebswirtschaftslehre zu gucken scheint. Diesen Blickwinkel wollen wir gerne erweitern. Dazu haben wir ein Konzept entwickelt für unsere Organisationscoach-Ausbildung. Hier werden wir Konzepte aus Arbeitspsychologie und Organisationssoziologie ergänzend zu diesem BWL-Blick schulen und trainieren, das Ganze sehr praxisorientiert gestalten und geben dir damit die Chance, Kurswechsler in deinem Unternehmen zu werden. Wir freuen uns auf dich. Schau rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017